Wer noch keine eigene Wohnung besitzt oder ein eigenes Haus hat, der oder die träumt meistens davon. Denn Umfragen zeigen, dass eine klare Mehrheit, selbst der Jungen, der 20- bis 30-Jährigen, über kurz oder lang gerne in einer eigenen Immobilie wohnen würde. Aber die meisten schrecken wegen der hohen Preise davor zurück. Dabei können sich viele Haushalte durchaus Wohneigentum leisten. In den meisten Regionen Deutschlands ist Kaufen nämlich über längere Zeiträume gerechnet nicht viel teurer als Mieten oder sogar günstiger. Und wer hartnäckig sucht, findet meist auch etwas. Wir erklären in drei Podcast-Folgen hintereinander, wie es geht. Suche, Finanzierung, das Gespräch mit dem Makler und andere wichtige Fragen beim Eigenheinkauf. Also, wie viel Haus kann ich mir leisten und wo finde ich eins? Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben in letzter Zeit einige höhere Post von euch erhalten. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Finden wir klasse, freuen wir uns sehr darüber, lesen wir auch alles. Dafür ist diese Folge der Beweis, denn wir richten uns heute nach euch und setzen einen eurer Wünsche um. Zwei Dinge wurden in letzter Zeit häufiger angemerkt, muss man sagen. Nämlich erstens, wir haben einen ziemlichen Berlin-Fokus. Das stimmt auch. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir hier wohnen und arbeiten. Aber Berlin ist eben auch für viele Sachen echt ein tolles Beispiel. Für irre teure Bauprojekte, darüber haben wir gesprochen, einerseits. Und andererseits aber auch für die schönsten Geschichten des Scheiterns, politisch und wirtschaftlich. Also hier sind einfach immer so schön alle Extreme vorhanden. Und deshalb dient diese Stadt so super als Schaubühne. Das müssen wir nochmal als Erklärung auch mal sagen. Genau, wir geloben aber Besserung. Also solltet ihr Ideen haben, die abseits von Berlin spielen, Anregungen vom Land aus der Kleinstadt, bitte immer gerne her damit. Es gab aber auch noch einen anderen Punkt, der angemerkt wurde. Die Hörer der ersten Stunde können sich bestimmt an die allererste Folge erinnern. Da ging es um die gesellschaftlichen Fragen des Besitzens von Wohneigentum. Und wir wissen gar nicht mehr so genau, kam da schon der Begriff der Eigentumsscham zum ersten Mal vor. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, müsste ich nochmal nachhören. Jedenfalls haben wir eine Mail bekommen von einem Hörer, der uns mitteilte, für Eigentum sollte man sich nicht schämen müssen. Also ich kann mich jetzt auch nicht so genau erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, wir haben gesprochen über Kaminscham. Oder Heizscham, auch schreckliche Geschichte. Das hatten wir alles. Aber jetzt, um noch einmal auch hier klarzustellen, wir behaupten überhaupt nicht, dass man sich für irgendwas schämen sollte. Wir nehmen nun gelegentlich so Schlagworte aus der aktuellen Diskussion auf. Und so im Zusammenhang mit allen möglichen Klimathemen gibt es ja solche Scham-Schlagworte. Aber wir machen dann ja auch den Realitäts-Check. Das haben wir auch in den ganzen Folgen immer versucht. Und wir schämen uns beispielsweise überhaupt nicht, in Berlin zu wohnen. Nö. Aber dafür muss sich auch niemand schämen, in einer Villa am Tegernsee zu wohnen. Zum Beispiel. Apropos Tegernsee. Jetzt kommen wir zum Thema. Schätz mal, wie viel das günstigste Eigenheim kostet, dass es am Tegernsee oder in der Region, da in dem Landkreis gerade zu kaufen gibt im Moment so. Jetzt gerade, ach, eine Million. Ja, nicht schlecht. Also wir reden ja von freistehenden Einfamilienhäusern. Okay, ich verdopple. Ja, da kommst du schon nämlich eher in die richtige Richtung. Also das günstigste Haus im Moment, was man auf den bekannten Portalen findet, am Tegernsee oder im Landkreis Miesbach, muss man jetzt genauerweise sagen, kostet 1,3 Millionen Euro. Und dafür kriegst du 150 Quadratmeter Wohnfläche. Also 8.666 Euro pro Quadratmeter. So, und jetzt ist die Frage, was müsste man mitbringen? Also, das ist hier, wenn wir jetzt zusammenschmeißen, wie viel Geld müssen wir da bereitlegen? Dann reicht es für die Garage. Ja, also laut verschiedenen Rechnern müsste man 15.000 Euro netto im Monat verdienen und eine halbe Million Euro Eigenkapital aber auch noch mitbringen. Und zwar jetzt, wenn man konservativ rechnet. Man kann natürlich noch anders rechnen. Die Kaufnebenkosten kommen übrigens noch dazu. So für Makler, Notar und Grunderwerbsteuer. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Nochmal 110.000 obendrauf. Also da sind wir so locker bei 1,4. Gut, also wenn das die Hausnummern sind, dann können wir, glaube ich, die Folge an dieser Stelle auch beenden. Genau. Und Tegernsee. Es sei denn, wir machen jetzt am Tegernsee ganz viele neue Hochhäuser mit günstigen Wohnungen drin, so kleinere Sachen. Aber das lassen wir jetzt mal. Wir lassen den Tegernsee jetzt mal Tegernsee sein. Erstens. Ja, also jetzt geht es ums Immobilienkaufen. Das ist nicht utopisch. Also nicht so, wie wir das jetzt gerade hier erzählt haben. Und vor allem übrigens auch dann nicht, wenn man jünger ist. Also jünger beispielsweise als 30 Jahre. Ja, das meine ich jetzt mit jünger. Weil der Durchschnittspreis für eine Wohnung liegt im bundesweiten Durchschnitt laut Engel und Völkers aktuell, also im März 2023, bei 3066 Euro pro Quadratmeter. Ja, also so eine 50 Quadratmeter Bude, ja, mit zwei oder zweieinhalb oder sogar drei kleinen Zimmern kriegst du für etwas mehr als 150.000. Gut, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt gerade meinen Bachelor oder Master gemacht oder meinetwegen meine Lehre und bin jetzt irgendwie gerade erst seit ein paar Jahren berufstätig, sind 150.000 oder sogar noch mehr Euro. Trotzdem eine gigantische Zahl. Wir rechnen das gleich nochmal so ein bisschen genauer durch, was du so als Berufseinsteiger so mitbringen musst oder kannst. Und wir bleiben dann bei dem 150.000 Euro Beispiel. Aber da muss man auch dazu sagen, es gibt in Deutschland eine gewisse Aversion, sich zu verschulden. Also gut, wenn man jung ist natürlich sowieso, kann man verstehen. Ist ja auch richtig. Ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen. Ja, das ist richtig. Es ist irgendwie so ein bisschen aber auch tatsächlich Wirtschaftstradition. Es gibt andere Länder, in Großbritannien beispielsweise, ist es üblich in manchen Gesellschaftsschichten, muss man sagen, sogar während des Studiums sich schon zu verschulden. Auf jeden Fall ist das erstmal die eine Angst, die man ablegen muss. Eine Immobilie zu kaufen und zu besitzen, auf der eine dicke Hypothek liegt, also ein Kredit, der mit dieser Immobilie abgesichert ist, ist kein Konsum, sondern eine Investition. Also das Geld ist nicht weg. Das ist nur woanders. Ja, man kann ja auch wieder verkaufen. Dann ist das Geld wieder da. Mit kleinen Abstrichen. Und dazu kommen wir auch gleich noch. Also die erste Frage, die auch in vielen Ratgebern immer gestellt wird, lautet, wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Wie finde ich das jetzt raus? Mit 25, mit 30, mit 40. Ja, da gibt es so Budgetrechner online. Die sind teilweise gar nicht schlecht, aber da muss man unterscheiden. Wenn man so bei den bekannten Immobilienkaufportalen sich auffällt, da gibt es immer so Finanzierungsbeispiele, auch unten hinter der Anzeige. Die sind oft sehr optimistisch. Es gibt welche bei Finanzierungsanbietern oder Finanzierungsvermittlern, so Budgetrechner. Das sind dann etwas konservativere Annahmen. Also angenommen, man verdient 2500 Euro netto im Monat. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist bei mir die Info, dass es so Berufseinsteiger durchaus bekommen, ja, 2500 Euro. Bei Vollzeitstelle, ja. Bei Vollzeitstelle ist es halt hin, ne? Also nicht so unüblich, so mit Mitte, Ende 20. Und außerdem gehen wir mal davon aus, dass die Person 20.000 Euro Eigenkapital irgendwie mitbringt. Vielleicht ein bisschen schon gespart hat und die Eltern legen noch was da oben drauf. Dann kann man sich eine Wohnung für 150.000 Euro kaufen. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Und auch diese Rumpspielerei mit diesen Immobilienkaufbudgetrechnern, da kann man ja erstmal ganz unverbindlich gucken, in welcher Größenordnung bewege ich mich denn eigentlich. Und da sieht man eben, was man monatlich zahlen muss und kann das vielleicht auch in Relation zu der eigenen Miete zum Beispiel setzen. Im Moment liegen die Zinsen bei um die 3,7 Prozent. Man muss aber auch berücksichtigen, wenn man einen Kredit aufnimmt, zahlt man außerdem auch die Tilgung, also jeden Monat ein kleines Stück vom Kredit zurück an die Bank. Wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, also jeden Monat 2 Prozent Tilgung zusammen mit den Zinsen, das 5,7 Prozent, das kommt man dann auf 700 Euro. Für die 150.000 Euro Wohnung, ne? Und das ist gar nicht so schlecht. Und das zahlt man übrigens auch für eine 50 Quadratmeter Mietwohnung, ne? Als Miete. Also jetzt nicht in den größeren Unistädten, da kommt man vielleicht damit nicht hin. Die Immobilienprofis, ja? Also die ganzen Leute, die mit Immobilien reich geworden sind, die gucken sich auch gar nicht diesen Tilgungsanteil an, den man an die Bank zahlt. Also das Tilgen von Schulden, das sehen die nicht als Kosten. Die gucken nur die Zinskosten an. Weil der Zinsanteil von dieser Kreditrate, die ich bezahle, das ist das Geld, was wirklich weg ist. Das behält die Bank, ja? Bei 3,7 Prozent von diesen 150.000 sind das also 460 Euro. Und das klingt schon fast ein bisschen günstig, ja? Also auch für kleinere Städte. Und es lohnt sich echt mal zu rechnen, wie viel Miete pro Jahr so vom Konto abgeht im Vergleich, ne? Nehmen wir mal an, 460 Euro, das sind dann über 5.500 im Jahr und 27.500 in fünf Jahren. Das ist eine wichtige Zahl, ja? Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Also echt mal die Miete zusammenzählen über fünf Jahre. Genau. Im Zweifel kann man natürlich auch immer zur Hausbank gehen und fragen, was würden Sie denn sagen, wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Das ist auch deswegen ganz gut, weil man da vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Hemmschwelle überschreitet und mit dieser ganzen Welt von Kauf und Finanzierung mal in Kontakt gerät. So, bedauerlicherweise ist der Kaufpreis, den wir jetzt in der Immobilienanzeige sehen, nicht das Einzige. Und hier kommen wir auch zu so einem Punkt, Selina, du kennst das, da erinnere ich mich immer wahnsinnig drüber. Wir haben in Deutschland halt echt massiv hohe Kaufnebenkosten. So hoch wie in keinem anderen Land, ne? Da ist Grunderwerbsteuer, die ist in manchen Bundesländern echt bei 6 oder 6,5 Prozent. Jetzt nehmen wir mal Niedersachsen, ja, das ist noch ein bisschen netteres Land, da ist sie bei 5 Prozent. Also das ist die Kaufsteuer, die geht ans Bundesland Niedersachsen. Und bei unserer Wohnung hier, die wir jetzt kaufen wollen, wären das also schon mal 7.700 Euro, die weg sind. Dann kommt ein Makler mit 3,5 Prozent, also nochmal 5.500 Euro und Notar- und Grundbuchgebühren, alles zusammen irgendwie sind das 16.000 Euro, ja, und die kommen als Nebenkosten und die sind echt weg. Wenn man, also jetzt sich das mal vorstellt, wenn man so mehrmals im Leben eine Immobilie kauft als Privatperson, dann kostet das echt Unsummen, ja. Genau, da hatten wir auch in unserer Besitzenfolge schon drüber gesprochen, dass man sich das gut überlegen sollte und dass so eine Immobilie im besten Fall eine Entscheidung fürs Leben sein sollte. Aber es ist ja auch so, dass man darauf hoffen kann, dass eine Immobilie im Wert steigt, also zumindest langsam über Jahrzehnte hinweg. Das hat zuletzt ja auch ganz gut geklappt, wenn ich mir die Preisstatistiken so anschaue. Aber jetzt gab es zwar einen Rückgang, auch das haben wir uns schon angeguckt, aber wer vor zehn Jahren zum Beispiel gekauft hat, ist ja eigentlich immer noch im grünen Bereich. Also der oder die hat diese hässlichen Nebenkosten eigentlich schon wieder drin. Ja, so ungefähr haut das hin. Also es ist wirklich nicht schön, aber über diese Hürde muss man springen. Aber überhaupt solche Zeitraumbetrachtungen, die sind bei diesen Grundsatzfragen, kaufen oder nicht kaufen, die sind echt wichtig. Weil Mieten, die steigen ja auch. Ja, so ist es ja nicht. Also einfach mal schauen, wenn du davon ausgehst, so alle zwei bis drei Jahre steigt deine Miete um drei bis fünf Prozent, dann kommst du auch nach zehn Jahren auf unangenehme Beträge. Also ich würde jetzt sogar sagen, nach allen Rechnungen, die ich so kenne, die Netto-Kaltmiete, die man in zehn Jahren bezahlt, ist eigentlich immer höher als das, was man in zehn Jahren als Zinsen an die Bank zahlt. Für eine vergleichbare Wohnung jetzt natürlich, Miete, Kauf. Also angenommen, wir wollen jetzt diese monatlich 700 oder etwas mehr, 800 Euro im Monat ausgeben für eine 150.000 Euro Wohnung. So, das Geld ist da. Jetzt ist die nächste Frage, wo finde ich die? Also Berlin lassen wir erstmal außen vor. Ist auch, glaube ich, besser so angesichts des Preisniveaus. Tegernsee lasse ich auch erstmal beiseite. Aber gucken wir doch zum Beispiel mal ins Ruhrgebiet nach Dortmund. Da gibt es 50 bis sogar, naja, 70 Quadratmeter für 150.000 Euro oder sogar weniger. Nicht in zentraler Lage, okay, aber das war jetzt auch nur so der erste Blick in die Anzeigenportale. Ich habe sogar was für 130.000 Euro gefunden. Genau, und da kommt man auf jeden Fall hin mit den 700-Euro-Monatsrate für den Kredit aus Zins und Tilgung. Aber hier ist noch ein anderer wichtiger Punkt, ja. Diese Anzeigenportale sind wirklich nur das Schaufenster. Das sind die offiziellen Aushänge. Und da stimmt auch nicht unbedingt immer alles, was da wirklich geschrieben steht. Ja, irgendwelche Angaben über Holzfenster oder manchmal auch die Flächen. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und da, der lautet, unbedingt wirklich zwei oder drei konkrete Besichtigungstermine machen. Nur mit loser Kaufabsicht. Einfach mal hingehen. Man ist zu nichts verpflichtet. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so die verschiedenen Wohnlagen so sind, wie das alles so aussieht und was auf dem Markt so los ist, ja. Und was die Makler oder die Eigentümer überhaupt so erzählen. Das ist nämlich eine Illusion, dass man eine Wohnung einfach so über das Internet kaufen kann wie ein Smartphone. Also ihr müsst wirklich hingehen, angucken, nachfragen, auch wenn das irgendwie ein bisschen nervig ist. Ja, aber nur so vor Ort bekommt man eben auch mit, welche Probleme es bei Wohnungen im Bestand so geben könnte. Und das fängt bei der Umgegung an, wie laut oder krachig ist es dort und hört bei der Hardware auf. Also Stichwort Heizung und Sanierung. Genau, da kommen wir noch im dritten Teil unserer kleinen Kaufserie dazu. Worauf muss ich konkret achten beim Kauf im Bestand vor allem? Und da gibt es noch ein paar Details zur Finanzierung. Es gibt noch einen Vorteil, wenn ihr das macht, ihr kommt nämlich mit Immobilienmaklern in Kontakt, wenn ihr solche Besichtigungen vereinbart. Und diese Makler fragen meistens auch gleich, was man denn wirklich so sucht, wenn es nicht gleich funkt oder einfach nicht das Passende für euch dabei ist. Ich habe tatsächlich Freunde, die haben jetzt ein Kind bekommen und haben auf diese Art und Weise eine heiß begehrte Wohnung bekommen in Berlin. Einfach, weil die Maklerin sie auf dem Schirm hatte und wusste, okay, die brauchen jetzt wirklich was als junge Familie. Die können jetzt nicht mehr auf ein paar 30 Quadratmetern zu dritt wohnen. Sehr gut. Also es funktioniert tatsächlich. Dieses Netzwerken, mehrere Makler kann man natürlich auch ansprechen, umso mehr Kontakte hat man. Das ist immer eine gute Strategie. Kleine Warnung hier, so ein Immobilienkauf ist ja immer eine emotionale Angelegenheit. Da geht es ja um den nächsten Lebensmittelpunkt, einen Rückzugsort. Aber man sollte wirklich versuchen, das beiseite zu lassen, denn hier geht es durchaus um sechsstellige Beträge, also eher nüchtern und rational an die Sache rangehen. Und was man natürlich auch mal machen kann, im Freundes- und Bekanntenkreis herumfragen, das klassische Prinzip, man kennt jemanden, der jemanden kennt. Wobei wir Deutschen sprechen ja teilweise eher ungern über größere Anschaffungen und was die so gekostet haben. Ja genau, da waren wir wieder beim Charme, diesmal beim Immobilienkaufscham. Hat das jetzt besondere soziologische Hintergründe eigentlich, Celine? Da musst du jetzt mal als Expertin rauskommen. Ha, Zeit für meinen Einsatz. Jawohl, ein Mini-Exkurs in die Wissenschaft. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit mit Silke Meier darüber gesprochen, also über Geld und Charme. Die ist ökonomische Anthropologin an der Universität Innsbruck. Ökonomische Anthropologin? Jawohl. Was ist denn das jetzt? Ich kenne nur Ökonomen, also ganz krasse, harte Ökonomen mit Geld und so. Ja genau. Die ist auch krass, aber anders krass. Die untersucht, wie Geld soziale Beziehungen prägt. Also wie Menschen miteinander umgehen und wie die Finanzen da mit reinspielen. Und ich habe mich mit ihr über dieses Sprichwort unterhalten, das kennst du auch, über Geld spricht man nicht. Und sie sagt, ja, diese Konvention ist in der heutigen Gesellschaft eher überholt. Übrigens auch deshalb, weil die finanziellen Mittel einfach wahnsinnig eng mit unserem Privatleben verbunden sind. Also das beginnt bei der Partnerwahl und geht über die Freundschaften bis hin zu den eigenen vier Wänden, über die wir jetzt sprechen. Also Geld beeinflusst uns eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ach so, Liebe ist gar nicht wichtiger als Geld oder steht irgendwie drüber? Ja, ich glaube jeder kennt Paare, bei denen Geld auf die eine oder andere Weise, eine ungute Rolle spielt. Aber Klammer zu, wir sind ja kein Beziehungspodcast, haben wir ja schon mal festgestellt. Silke Meier sagt nämlich auch, und da kommen wir jetzt wieder zu deiner Frage, warum wir eigentlich so ungern darüber reden, wenn wir größere Anschaffungen machen. Unsere Gesellschaft ist im Kern sehr bürgerlich und auch unser ökonomisches Verhalten wird an diesem Wertesystem gemessen. Das heißt, wenn ich einen Riesenbatzen Geld ausgebe, um davon eine Weltreise zu machen, dann ist das allgemein anerkannt, weil ich tue was, um mich weiterzubilden, um meinen Horizont zu öffnen. Und so weiter. Wenn ich dasselbe Geld ausgebe, um eine, ich weiß nicht, Designer-Handtasche zu kaufen oder um einen Abend in einem Edelrestaurant zu prassen, dann ist das nach der bürgerlichen Lesart völlig überteuert, weil es nichts für die persönliche Entwicklung tut und der Materialwert da auch nicht gegenhalten kann. Und das Ganze auch teilweise sehr kurz und vergänglich ist. Also, wie wir Geld ausgeben, besagt eben was darüber, wie wir Menschen so ticken oder wie wir gelesen werden. Und auf eine Immobilie übertragen könnte man jetzt mutmaßen. Naja, erstmal ist es zwar legitim, sich ein eigenes Zuhause zuzulegen. Das ist ja auch sehr tief in unserer Gesellschaft verankert. Aber man möchte vielleicht jetzt nicht so als protzig gelten, wenn man mit, naja, von Beträgen wie mehr als einer halben Million hantiert. Das ist ja schon eine ordentliche Summe. Ich habe ein neues Wort gefunden, Celine, dafür. Das ist die Schamangst, nämlich. Ah, die Scham-Scham. Du hast ja Angst davor, dass du dich schämen könntest, wenn du über die halbe Million sprichst, die du jetzt ausgegeben hast für die Wohnung. Jetzt verstehe ich. Das klingt völlig schlüssig. Okay, okay. Also gut, jetzt mal unabhängig davon, ob wir uns trauen, darüber zu sprechen oder nicht. Mit dem Makler oder der Person, die dir die Wohnung verkauft, muss man darüber sprechen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, es lohnt sich, ganz klar und offen auch zu sagen, wenn man nicht kaufen möchte. Und da lautet ein dringender Rat, wirklich nicht unbedingt gleich das erste Kaufen, was man angeguckt hat. Auch wenn es unangenehm ist, irgendwie abzusagen, aber absagen hilft. Es gibt viel mehr Alternativen, als man denkt. Der Makler drängelt natürlich, weil deren Interesse besteht darin, einen Abschluss zu erzielen. Die wollen Provisionen bekommen. Das ist natürlich, sagen die, ja, wir wollen vermitteln und der Abschluss ist der Erfolg, aber die wollen auch ihre 7,14 Prozent Provision haben vom Kaufpreis. Das ist nämlich das, was meistens immer noch aufgerufen wird, zusammengezählt von Käufer und Verkäufer. Also jeder zahlt 3,57. Da ist noch so eine kleine Regel, die solltet ihr auch kennen. Der Makler darf vom Käufer nicht mehr Geld verlangen als vom Verkäufer. Also das ist so ein Gleichheitsgrundsatz praktisch. Im Gespräch nennen die Makler übrigens meistens immer nur Netto-Beträge. Ja, dann sagen die, ja, drei Prozent. Aber in Wahrheit auf der Rechnung stehen dann 3,57. Immer hinter das Komma gucken. Man muss allerdings auch dazu sagen, Online-Portale und Freunde und Bekannte sind jetzt nicht die einzigen Quellen. Es gibt da noch so bedrucktes Papier. Die Älteren werden sich erinnern, man nennt es Zeitung. Und es gibt tatsächlich Leute, die nicht nur immer noch lesen, sondern da auch Immobilienanzeigen veröffentlichen. Das sollte man nicht unterschätzen. Vor allem gerade, wenn man jetzt nicht in den großen Ballungsgebieten wohnt, sondern vielleicht eher im ländlichen Raum, weil dort eben auch noch ältere Generationen vielleicht leben, die ein Familienhäuser haben oder vielleicht auch mal eine Einliegerwohnung. Und die inserieren tatsächlich immer wieder gerne in den Lokalzeitungen, vor allem, wenn sie privat verkaufen, ohne Makler. Und das ist natürlich auch deswegen interessant, weil ohne Makler bedeutet auch ohne Provision. Ja, das klingt echt so ein bisschen banal, aber wirklich vor Ort gibt es auch solche Sonntags-Anzeigenblätter oder so manchmal. Und die liegen wirklich bei allen Leuten auf dem Tisch in so einer Region. Da lohnt es sich echt mal versuchen, da dran zu kommen. Man kann natürlich auch einfach eine Sucheanzeige aufgeben. Ja, auch online natürlich auf kleinanzeigen.de, also früher Ebay-Kleinanzeigen. Manche Verkäufer haben nämlich gar keine Lust dazu, Dutzende von Anrufen oder Mails zu bekommen, vor allem, wenn es ein bisschen gefragtere Region ist, sondern die gucken lieber selber nach Suchenden und melden sich dann bei denen ihrerseits. Ja, oder letzter Hinweis von einer Freundin aus dem Saarland. Es lohnt sich auch dort, die Angebote anzugucken. Übrigens auch gerade die, die nicht attraktiv sind, sie hat eine tolle Wohnung bekommen, die auch deswegen nicht sehr gefragt war, weil einfach keine Fotos dazu eingestellt worden waren. Weil die Anbieterin eben nicht ganz so vertraut war mit Fotos machen, hochladen und so weiter und so fort. Aber die Wohnung war Bombe. Ach, das ist ja niedlich. Aber sag mal, Michael, wenn wir jetzt so über Kleinanzeigen und so sprechen, wie bist du eigentlich an deine Wohnung in Pankow gekommen? Ja, also nichts von dem, was wir jetzt gerade hier beschrieben haben, ist damals passiert, ehrlich gesagt. Also ich bin da echt ein sehr schlechtes Vorbild. Weil wir haben damals eigentlich noch nicht mal gesucht, so richtig. Ja, also schon mal Fehler eins. Okay. Aber der Kumpelfaktor, der immerhin, der hat echt eine hohe Rolle gespielt, über den wir hier ja auch gesprochen haben. Weil da kam damals nämlich ein guter Freund zu mir, also Anfang 2007 war das, und sagte mir, ja, hier in der Gegend werden zwei Wohnhäuser neu gebaut. Von einem Bauträger mit schlüsselfertiger Eigentumswohnung. Wir hatten ja schon auch das Thema mit unserem Garten. Und dann haben wir uns für das Erdgeschoss beworben und das war aber schon vergeben. Und dann haben wir es auch wieder sein gelassen und gar nicht weiter daran gedacht. Ja, hat eh keinen Sinn, äh, Eigentum. Und nach ein paar Wochen hat uns dann aber der Vermittler von dieser Baufirma nochmal angerufen und gesagt, die Finanzierung ist geplatzt und wir sind doch hier auf der Warteliste und die Wohnung ist wieder frei. Weil ich wusste gar nicht, dass wir auf einer Warteliste gestanden haben, aber war irgendwie so. Und ja, war echt interessant. Und das lohnt sich also auch, wenn man jetzt einen Neubau haben möchte, direkt einen Kontakt zu den Baufirmen aufzunehmen. Ja, die nehmen einen auf Listen. Selbst wenn alle Neubauten erstmal weg sind, da kann sich immer wieder was ergeben. Das Fazit Wenn ihr damit liebäugelt, euch eine Wohnung oder ein Haus zuzulegen, empfehlen wir euch als erstes einen Kassensturz zu machen. Kramt alle Notgroschen zusammen, überlegt, wie viel könnt ihr monatlich locker machen und wie viel könntet ihr auch als Anzahlung leisten. Zum Beispiel auch, wenn ihr die Verwandtschaft anpumpt. Vielleicht gibt es ja zum Beispiel einen vorgezogenen Teil vom Erbe. Wenn ihr das alles beisammen habt, könnt ihr leicht ausrechnen, wie viel Immobilie ihr euch leisten könnt, denn Budgetrechner gibt es zuhauf online. Die Kaufpreise klingen immer hoch auf den ersten Blick. Ja, immer alles sechsstellig und siebenstellig für die Spezialisten. Aber bedenkt bitte, die monatliche Miete, die ihr bezahlt, die kostet auch was. Da einfach mal zusammenzählen, mal zwölf und dann nochmal für fünf oder für zehn Jahre. Da kommt auch ein ganz schön heftiger Betrag zusammen. Den muss man vergleichen mit der Summe an Zinsen, die man über fünf oder zehn Jahre zahlt, plus die Nebenkosten für den Kauf. Das liegt dann oft nicht so weit auseinander. Die Tilgung wiederum, die ihr bezahlt jeden Monat, die ist nicht so wichtig, das ist praktisch die Schuldenrückzahlung, wie so ein kleines Sparbuch ist das. Das kann man eigentlich fast vernachlässigen. Der kleine Dämpfer ist natürlich, dass man sich selten eine Wohnung im angesagten Viertel mitten in der Großstadt leisten kann. Aber es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben, den Markt zu sondieren, auch immer mal wieder Besichtigungstermine zu vereinbaren, damit ihr Leute kennenlernt, Makler kontaktiert. Denn erst wenn ihr so drei, vier, fünf Wohnungen gesehen habt, habt ihr auch ein tatsächlich gutes Gespür für den Markt entwickelt. Also Zeit lassen, immer wieder angucken, nicht unter Druck setzen lassen. Und dabei bleiben, also fast wie im richtigen Leben. Ja, das war wieder eine weitere Folge von 2Zimmer Küche Bad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine neue Folge 2Zimmer Küche Bad hört ihr in der nächsten Woche mit einem Weltplus-Abo und bei Apple Podcast hört ihr uns sogar schon immer zwei Wochen früher. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen habt, schreibt uns bitte an 2zkb-at-welt.de und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, positiv, aber auch kritisch und über Feedback. Naja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören und Tschüss und nicht zu viele Immobilien auf einmal kaufen. Ja, und bleibt dran, denn nächstes Mal geht es ja weiter. Da sprechen wir dann über Maklerdeutsch, ob man das versteht und wie man es richtig entschlüsselt. Bis dahin, Tschüss. Bis dahin, Tschüss.